Ich bin 90 Tupis, wieder mal euer René von dem Vlog. Willkommen zum weiteren Vlog. Wir sind heute im Movie Park. Zum letzten Mal Halloween. So gesehen wir waren auch heute noch in Dienstlagen vor ein paar Wochen im Park. Deswegen sind wir auch erst um 3, 4 Uhr hier am Park gewesen. Und wir wollen ja eigentlich auch nur das Halloween Event noch mitnehmen, weil wir dieses Jahr da noch nicht waren. Deswegen nehmen wir heute den letzten Tag von Halloween mit und dann würde ich mal sagen, mal gucken was wir heute so machen und dann bis später. Vielen Dank sehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann werde ich mich danach nochmal wieder melden oder mal gucken. Ich werde dann jetzt erstmal ein paar Aufnahmen machen und dann bis später. Bis zum nächsten Mal. 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 Und tschüssi. Und tschüssi. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.